Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu der geistig, völlig duischen Truppe, mit der ich hier aufnehme. Gerade lachen sie ja noch über eine Arbeitlossongruppe. Wir haben gerade eine Unsterblich-Cop gespielt, weil ihr die sehen wolltet. Danach ist unser ADC aus dem Leben getriggert und jetzt spielen wir was anderes. Also picken wir jetzt ganz normale Poke-Action, würde ich sagen. Komm, spielen wir deinen AP-Varus, Timo. Was ist das denn jetzt, Olli? Olli, du raus! Olli! Spielen wir deinen AP-Varus. Wir spielen jetzt Poke. Ja, der Janna-Fork. Fuck. Alter, Olli war... Ja, hallo. Ja... Ich versuche hier gerade ein Video zu produzieren. Ach. Okay. Ach, hör doch auf! Erzähl doch sowas nicht! Willst du ihn mit Kleptomancy oder magst du mehr Klassischen? Äh, ich... Du hör mal, du bist doch der Experte, was das angeht. Ja, ich hab euch jetzt Alternativen noch gegeben, weißt du? Kleptomancy gegen Fiora... ...ist wahrscheinlich... ...mütig. Oh, Zoe ist offen! Oh, Zoe ist offen! Ja, Olli, kannst du doch junglen! Nix! Kann ich nicht junglen! Dann spiel Zoe-Jungle! Alter... Hey, Joe-Jungle, easy! Ja! Tim! Tim! Nice! Tim, du bist gleich da! Wat?! Alter, Olli, was ist mit dir los? Hä? Ja, dann geh top, Olli! Dann lass mich mit dir gehen! Hä? Wieso das jetzt? Ja, weil du Cho pickst, oder? Nein, das war nur so eingelogst! Achso, pickst dann, oder wie? Ja, klar! Alter! Hier... Ja, guck mal, das ist doch mal ne Comp! Na? Ja, aber dann soll ich top gehen! Nee, bitte! Spiel doch Joe-Jungle! Nee, ich will bitte! Aber der ist kein... ...kein Poke! Nee, das geht schon! Ich krieg das schon hin! Einfach einen guten Pull! Ein bisschen bieten zu Gott! Und dann wird das was! Äh, ja, also wir sind jetzt alle Gold in der Flex-Scue endlich! Glückwunsch und bütze an Oliver! Danke, Bruder! Und deswegen, äh, können wir jetzt endlich Flex-Scue spielen! Hup-Hup-Hurra! Das ist der Moment, wo wir uns alle freuen! Yay! Iiii! Ich hab die Spiele nur gemacht, damit Mario nicht besser ist als ich! Ja gut, das kann ich nachvollziehen! Äh, war Mario ein Gold vor dir? Ja! Alter! Ja, so, weil ich einen nicht gerät hab! Der hat sich doch carry'n lassen, ne? Der hat auch öffentlich zugegeben! Ernsthaft? Von Paul! Von Paul! Stimmt! Vor allem sagt der auch noch so, ey, lass dich doch von Paul carry'n! Auf Gold! In Flex-Scue! Ich hab, glaub ich, so 9 zu 1 gewonnen! Oh, ne, super! Du bist der Beste! Alter, Tim, du bist grad ein bisschen leiser! Hast du dein Headset vor der Schnitz? Ja, ich hab meine Einstellungen verändert! Ja, dann mach ich dich jetzt lause! Tssssss! Sogar von Ginsk jem particular! Alter! Alter, der Typ gönnt sich hier! Zack, 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 zack. Oh, okay, so, so. Zack, 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 zack. Hast du, wie fadzt JPG 3, Oliver? Nice. Nice? Nice? Jo. Ich muss sagen, ich fadzt auch stark, aber jetzt, ich hab's wahrscheinlich ein bisschen mehr im Vorfeld gehypt, als es am Ende gut war. JPG 1 ist immer noch besser. Wie bitte? JPG 1 ist immer noch besser. Ja, da ist ja wohl keine Diskussion, oder? Ja, eben. Also, das ist ja... Das ist ja jetzt wozu sagen. Weiß nicht. Mario ist besser als Olli. Nee, andersrum. So. Oh, shit, ich sehe gar kein Bild. Kitzige Bild. Alter, Ruhe. Wer von dir fällt keiner gesehen hat, gesehen, gehört hat. Doch, schreibt mal einer in die Kommentare, dass er den fällt gehört hat. Putz, putz, haben eine YouTube-Inlektion. Ihr seid den falschen Weg gelaufen. Guck mal, wenn ich hier langlaufe, kann ich mit STG 5 meine Laufwart ändern. Siehst du? Nice. Alter. Komm, wir in Bane. Hätt dich doch schon gesehen, oder? Wer? Wer malz. Ach, wird schon nicht schief gehen, ne? Flatsch, flatsch. Da ist einer. Ich fläche. Spaß. Zack. Wart, 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 wart. Zack, 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 zack. Boom, boom. Okay, ich brauche echt einen guten Pulver im Blue, bitte. Oh, haben wir noch einen Schild. Ja, hast du noch einen Schild? Ja, hast du noch einen Schild? Hallo, Joga. Das hat er auch gesagt. Damit konnte niemand rechnen. Das reicht. Ja. 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 RIP. Ich würde nicht sagen, ich schicke die, ne? Aber es ist ganz schön ausgeglichen so. Ich würde ja nicht sagen. Nach einer Minute. Aber es ist ganz schön ausgeglichen. Warte mal, kann ich gleich mal mitlenken und mir hier so einen dieser Ballondinger mitnehmen? Ein was? Einen dieser Ballondinger. Wann noch? Das hat da. Das hat einen Ballon drauf. Nee, nee, nee. Ach so. Brauchst du das? Ja, dann habe ich so einen Summoner-Spell. Oh, ich habe es nicht gelastet bekommen. Sorry. Ja, wollen wir bitte nochmal? Klar. Ich kann ja über die Wallman eh machen. Drei Sekunden schneller. Ja komm, den gönnen wir uns den Jungen. Zack. Na tacke. Spaß. Also meine Lane ist ein bisschen gepusht so, wenn einer Bock hat. Tschüss. Wann bist du geflasht? Vielleicht so einen, einen selben Flasher. Ich helfe dir zu pushen, komm. Rein damit. Ich habe kein TP. Kein Dopp. So ein Dive in der dritten Minute ist schon nice. Ach, Chopline wurde gedeiht. Ah, das ist ja kein Problem. Die haben alles nochmal raus, Bot. Ja, ich komme. Ich komme. Oh, da liegt ja richtig viel. Bis auf Braunflash haben die alles raus. Es ist immer schön, dass man das nachzahlen kann, weil es da rumliegt, ne? Ich hätte nicht gedacht, das ist noch geil zu sein. Du kennst doch, wenn der Hextech-Gunblade-Flash und Heal hintereinander einsetzt. Oh, hier liegt noch nichts aus. Alter, Oli, du rauschst, rede! Oliver! Oliver! Hallo! Hey, warum rauschst du denn? Ja, weil du hast so, dass dein Mikro sich anpasst und wenn du länger nichts sagst, dann denkt er, du willst reden und dann geht das richtig in die Vollen. Oh, komm mal hier. Oh, shit! Hilfe! Hilfe! Wir haben noch einen Flash. Bitte, Dean! Hä, wie denn das? Hä? Achso, ich könnte einmal nach Kuh gehen. Ja, das Game ist doch easy! Jungs! Ja, ach! Ich bin doch dabei. Ja, das stimmt schon, ne? Mit Oli, Stech und Filter. Wenn ich einen AD spielen darf, dann... Tim, Alter! Ich google gleich die Kindred ADC Win Rate, ne? Äh, ich hab's, ich hab's gegoogelt. 30% Null Prozent. Bei Pro Builds zumindest. Pro Builds. Ich spiele nämlich die Guten. Bei einer Thresh Blitzcrank Lane wär ich sofort dabei. Gut. Oh, der hat mein Repair gemacht. Oli? Oli war Rehn! Ja, ey, das ist doch scheiße. Rehn ist richtig kacke. Alter, sag mir doch, wie ich's ausstellen kann. Ich hab nix umgestellt. Mach doch einfach push the torque. Nee. Hallo, hört ihr mich überhaupt? Ja, 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 ja. Was hast du denn? Ja, man. Ja, dieses ganze Racer Ding. Komm bitte. Das ist egal, du musst einfach nur auch mitzumachen, was zu sagen. Okay, go, go, go. Zack, zack, batz, 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 batz. Oh. Oh. Öh. War jetzt wenig Batz. Kann ich das dicke haben da, wo der Ballon drüber ist? Ja, ja. Schau mal. Oli war, du bist ja übelnitz heute. Guck, ich hab ein Flash. Äh, ne, nice. Ja, ich komm top. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Da ist ein Wort, kannst du ihn clear? Ja. Klasse. Ich weiß nicht, woher der Sarkasmus oder immer kommt. Kommt da hin. Oli war hin. Warte, 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 warte. Ey, das ist doch kacke. Kann ich warten. Zack, 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 batz, batz, batz. Der Malsahar kommt Richtung Toplane. Ich gehe ihm hinterher. Ich dachte, fand ich die beste Idee von hier. Acht. Oh, guck mal hier. Das ist ja noch ein Sonias. Können wir gar nicht mehr helfen? Komm, ich helfe dir pushen. Guck mal schön rein damit, mein Junge. So, und warum denkst du jetzt mal, AP-Varus ist gut? Der hast du grad gesehen. Ja, wie hattest du ihn gemacht? Ich hab gar nicht gesehen, dass du im Fight warst. Oh, guck mal hier, hier ist Cain. Ich bin sowieso nicht im Fight. Oh, gut. Wir haben nicht so viel Spaß hier unten. Oh, Oliver. In zwei Sekunden hab ich einen EA. Bist du ready? Ja. Oh, ja. Der war nicht so gut. Hier ist ein Ballon. Ne, nimm ruhig. Ich würde dich jedes Mal einen Cannon Minions ziehen. Irgendwie dropp den nur darauf. Fühl ich mich auf daraus ein bisschen schwer. Genau, ausgerechnet war eine Cannon Wave. Warum gehen die nicht weg? Ah, guck, da ist ein nicht Cannon Minion Wave. Komm mal. Nein! Nein, es stirbt! Oh! Kannst du das Schild wegnehmen im E? Klasse. Jetzt bin ich auf dem Weg. Oh, zu viele Minions. Der kann nicht da lang. Ich block den Weg. Oh, shit. Ich helfe dir. Ja, hier top ist der Cain. Der Solo Gold, oder? Ich versuch's. Was? 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 Ich hab' ich ne Trill-Werker bekommen. Der liegt auf dem Lane hier. Das ist One. Werd' wieder gedeiht. Oh, eigentlich hier. Oh, du war red was? Ja. Ja. Ja, klasse. Wollen wir hier noch Drag nehmen? Kann das nicht tanken. Okay. Okay, lass mal nicht machen. Hab' nicht das Gefühl, dass das eine gute Idee ist. Gib mir auch noch ein paar. Das ist halt so strong. Ich binde den Jungler an mich die ganze Zeit. Die können free roam. Guck dir das an, ey. Wo wir sind hier. Ey, nimmst du den Blu, oder? Ja, nimm nimm. Oh, danke dir. Ja. Jetzt sollte ich die bisher aufgebaut. Ich hab' dann was machen. Bleib schnell. Ich kann bot kommen. Ach, jetzt was ich über euch bauen wollte. Okay, ich bin ready. Seid ihr ready? Sneaky. Ja, aber wir haben das ja alles. Hab' ihn. Hab' ihn noch nicht. Ja, ja. Ja, ich bin mal hier das schlaffende Ding, ne? Oh, gut Teleport. Ab geht's. Direkt top-blank gängen. Mal wegschoppen und dann instill wieder. Obwohl, ja, ich hab' doch. Infinity Edge ist da. Och. Der Herr Gunz. Guck mal. Wir machen doch mal anders hier. Ich tipe hier auch. Hä? Hä? Hätte ich gar nicht mal gedacht, dass es geht. Ja, ich dachte jetzt auch irgendwie, dass... Ja, komm Jona. Ja, ich bin ready. Ähm, Dings kommt top. Malzah. Hab' ich mehr erwartet. Malzah kommt top. Ähm, Malzah ist miss. Habt ihr mich nicht gehört? Doch, doch. Achso. Nur der Olli nicht. Oliver Treut, glaub' ich. Ne, der Mist bringt mich sehr leise. Hier, kein ist mitte. Ähm. Geht top. Du machst ja echt gar keinen Schaden, ne? Ach, du laberst wieder so. Das ist das Problem. Die Fiora, Alter. Okay, ähm. Prinzipiell macht ja der Hit, wenn der eingeschlafen ist, doppelten Schaden, ne? Da müssen wir immer was Großes draus schmeißen. Alter Schwede, was geht bei dem ab? Kennst du den Champ? One-Shot dazu. Ja, das macht der Champ tatsächlich öfter. Aber du musst halt, wenn der in dir ist, musst du halt ganz lange warten beim Snare. Was muss ich da? Ganz lange beim Snare warten, bis der quasi wieder rauskommt. Jaja. Eieieieiei. Alter, wieso? Woher kommt der jetzt schon wieder? Ja, gut. Timo, ne? Hm. Bin noch nicht endlos, restlos überzeugt vom AP-Baus. Timo. Timo. Ich dachte, wer nett ist lieber? Ich weiß doch nicht so bockig. Ich hab einen TP. Wenn ihr irgendwas machen wollt. Ich bin mit, was machen. Ich hab Ulti. Da seh ich uns. Ich geh unauffällig. Du hast nicht deine Ehe über die Wand geschossen. Das geht nicht mehr so weit. Das wird genervt im letzten Patch. Ich hab's nicht. 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 Was ist denn los bei dem? Der malt sei jetzt ja auch noch. Stefft dem. Oh, okay. Oh, what? Wir haben uns gerade 3 gegen 5 killen. Ja, seit 4 Uhr okay, die beide richtig dick sind. Alter, braun. Alter. Easy sidestep of my life. Oh man, ja. Ja, das wird halt ein langes Ding hier. Aber wird schon. Ich glaube auch. Au. Jura! Keine! Alter, die kommen alle weg. Alter, keiner ist gestorben. Oh mein Gott. Das hier, 100 pro. Nein, glaube ich nicht. Ja. Ich probiere Mitte. Ich komme, ich komme. Oh shit. Nein, hat mich outplayed. Machst du nichts, ne? Wow. Och man. Och man. Das ist das ätzende. Problem ist, Lucian ist back in game jetzt. Dadurch, dass die uns nicht midland war. Wir haben die Bot halt übelst auseinander genommen. Gut, ich glaube, wir haben mehr Sorgen als das. Nehmen wir ruhig auch die, ne? Bot, kommt her. Kommt her aus? Okay. Äh, kommt Bot. Ich kann den leider nicht decken hier. Muss wir nicht einkommen und die Wave ist tot. Ich bin auf der AP-Variante, Gott sei Dank. Ach, der geht's AP? Hm. Vor allem gehe ich 2 gegen 1, ganz oft. Kommen. Aber wie kann es sein, dass der Malzahard zu dir kommt? Ei, ei, ei. Au, boah. Ei, ei, aber tritt clean vor. Die mich clean, ne? Hat sie die Rechnung aber ohne meine super support gemacht. Hast du von Zoe was mitbekommen, Oli? Was hab ich? Hast du von Zoe was mitbekommen von dem Jam? Ich hab gerade eben gegen die gespielt, aber mehr nicht. Okay. Stell mir das sehr witzig vor, wenn man das erste Mal Zoe sieht. Ja, eben. So einmal hab ich die gesnared und auf einmal springt die weg. Ich kam gar nicht parat. So, dann springt die weg. Ich dachte, okay, so gut, auf einmal bang. Oh, Alter. Ja, das gibt's doch nicht. Ja, das Snare hatten wir doch gerade das Thema, oder? Ah, ihr da wirklich? Ist auch mal gut hier. Lass ich mal ein bisschen mehr schaden. Ja, können wir spielen, glaub ich. Hab ich meine Meinung geändert, das ist ein Malzahard. Der Endgegner von allen Spielbevlungen. Oh, der fand richtig gut aus, naja, Oliver. Wofür brauchen wir jetzt noch 10, dann können wir den Turret hier halten. Oh! Oh, der AP Varus-Junge. Oh, Alter, das hab ich ja völlig unterschätzt. Ihr kleinen Wixxer! Der ist aber back in business. Oh, guck mal, je mitlebt, kriegen wir auch noch einen Turret. Und... ... was? Oh, da war ein Teleport, oder? Ein Recode. Ja. Ja, eigentlich ist das straight, ne? Alter, Oliver, äh, Timo, ne? Deine Lautstärke ist... ... ne? Die wechselt... Oh, nein! Oh! Ich glaube, es muss ein Zool-Zieler her. Safe! Auf jeden Fall, Alter. Alter. Oh, der Support ist mir wichtig. Ei, 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 ei. Ja, wenn die Drake machen wollen, oh, ne, die wollen, die wollen Tim, die wollen Tim machen. Ei, komm. Mach dir keine Sorgen. Okay, doch, du bist... Oh! Oh! Ja, komm, hier. Ja. Ja, bap! Ey, das gibt's doch nicht, wieso ist der nicht geschnitten? Du kriegst so weit. Oh, nein, moll! Ja, ja, BAM! Genautodack. Oh, shit, ich lauf einfach in Gegner. Ach, das war der Christoph? Ja, ja. Jetzt ist mir gecheckt. Lauf doch kein Schell. Ja, wiel aber doch gecheckt. Das Ding ist, ich würde mir ja gerne Armor holen, aber ich glaube, das ist doch nicht so was. Mach mal eine Schilddäge von dem. Oh, nix. Was verdoppelt mir jetzt? Ist der geflasht? Ganz dumme Idee. Oh. Ein bisschen, äh, äh... Aja, jajajajajajaja. Aua. Oh, digger. Ach, jetzt hab ich meinen Gebet. Alter. Ja, fast. Ja, der Sozi hat sich auf jeden Fall reduziert. Instant alles D'exall. Oh, shit. Oh, man, aber ich dachte, dass wir das haben, irgendwie. Aber was kam da, was mich... Äh, so was, ne? Was war ekelhaft. Der hieß wohl. O, ja. Eigentlich alles da. Aber es liegt auch beides da noch rum, aber... Vielleicht war man zu gierig. Könnt man jetzt... Ich wusste nicht, dass sie viel Schaden machen. Du? Warte. Eieieie, ich komm mal. Wir haben... wird's eine Botline ultend? Ah, ne. Ich hab eben... Ich glaube auch hier, der kann dort einfach alles fähigstanken, was wir hier machen. Kommt mal zu. Der Gain, der Gain. Weißt du, was noch was anderes ist? Mein Blue. Was ist das? Mein Blue. Also, äh... Warum sind die... Soll sie uns sonst sein? Ja, wo seid ihr? Ich komme, ich komme, ich komme. Wo ist denn der Gain hin? Da, da. Hä? Gib ihm ein Weh. Das ist nicht so einfach. Ist nicht so einfach. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Guck mal da. Guck mal da. Warte mal, ich hab... Ich hab... Ich hab deinen... Deinen Rücken. So... so hart. Hm. Alter, was ist denn los mit dem Traum? Der probiert gar nicht, dass du dort schon... Der rennt schon immer mit dem Schild auf mich drauf. Klar. Klar. Ja. Dögen. Äh, was war dat denn? Also, ich hab ja davor gefehlt, ne? Aber dat war ja richtig Gacke. Ja, das war echt nix von dem. Oh nein. Bin dort kassiert. Half-Life. Hm. Der Olli nicht. Ich muss deine Schilde immer fangen gehen. Ja, ich mach dich nicht für dich. Ja, das hab ich auch schon gemerkt. Oh, hinten ist es okay. Oh, Christoph Walter. Oh ja, Christoph. War geil. Verliegen halt noch mit SummerSpray. Letzt mal. Nein. Ja. Boah. Ach, da können wir sogar noch weiter, oder? Ja, lass mal weggehen. Ich bringe halt die Schnauze. Na gut, tatsächlich auch. Komm, lass mal besser weg. Aber das war ein schönes Comeback hier. Die Regel Kane auf mir. Äh, Timo? Äh, Tim? Wir sind nicht so sneaky, ja? Mach ein Nash jetzt, ne? Ja. Alter, zieh dich easy weg. Ja, aber keine Ahnung, was machen wir jetzt? Keiner Hund. Geh fair. Was geht ein Butler hinab, Tim? Äh, pfff, Timo hat TP. Der sollte gehen. Na, obwohl. Ah, wobei, wenn ich mir die Minimave nochmal angucke. Jungs, ich sag jetzt doch mal, hier in der Mitte ist ein Tor, und den kann man verteidigen. Was soll das? Ach, obwohl. Glaub ich tot. Falsche Richtung. Ich wusste, dass ich tot bin. Oh, shit. Hm. Gut. Boah, ich passe aber überhaupt nicht auf, ne? Scheiße. Alter, die Fiora. Gib ihm. Jawoll, tschüss. Der AP-Varus, Junge. Alter, Oliver. Next level. Ich bin's leider voll verkackt. Zack. Zack. Bats. Ey, das gibt's doch nicht. Diese Enttäuschung. Ey, das gibt's doch nicht. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, Schritt für Schritt kommen wir hier wieder ins Game, Jungs. Der AP-Varus ist ja Late Game. Der AP-Varus hat dort richtig gerippt gerade. Alles Hater, Alter. Alles Hater. Minutes too much. Ja, was soll man sagen, ne? Vielleicht ist da Hate. Warum stehen da eigentlich Wards? Ich bin da, Oli. Achso. Oh, Nash. Oh, die machen wirklich nicht. Oh, ne, machen sie nicht. Ja, den haben wir schon. Oh, TP. Wo? Oh, Botlane. Stop. Ja, okay. Wir müssen mal gucken wegen Nash jetzt. Ah. Oh, sie trifft mich halt nicht und hat trotzdem nur ne halbe Sekunde CD aufs Kuh, ne? Ja, die Fjord bot durch, obwohl die Waves noch ziemlich weit weg. Hm. Keine Ahnung. Ja. Okay. Was ist falsch bei dem Jungs? Hat voll gefailed. Was ist denn los bei dem... Was für die Dashs der hat... Oh. Oh mein Gott, hab ich getroffen. Oder du. Ja, Alter. Das sind für ne Fiesta. Ja, gut. Da war vielleicht der ein oder andere Skill schon nicht ganz da, wo er hätte sein sollen. Oh, Bot. Ich bin jetzt da. Oh, Mitte. Alter, die Nüse. Ei, ei, ei. Der sollten wir vielleicht besser mal weg. Weg, Timo. Geh weg! Ei, ei, ei. Timo! Oh, was ist denn mit der Fjorda los? Alter, was ist denn? Alter Schwede. Ripp ist er. Ja, da haben wir jetzt bisschen Substanz gelassen. Oh, ich stehe da. Nicht mein Ingeblatt. Die Gegner, die wollen's wissen, die Gegner. Ah. Der Ding ist halt ne Fiora Skate hat fast so gut wie der AP war aus. Also. Ah, ich weiß es nicht. Aber du kannst so gut, so lange haten wie du willst. Der Damage ist da. Der Damage ist da. Ja, gut. Aber Oligar hat auch sich hier hochgemausert wieder, ne? Hätte ich aber wieder gespielt, könnte ich solo carry'n. Jo, mach jetzt mal Calls, wie wir noch gewinnen können, damit deine Zuschauer was lernen. Alter, sonst ist das Game ja voll für die Butts. Ach, gut, ne? Ja. Wenn wir das noch gewinnen, mit deinen Calls, dann. Ja gut, ne? Wir brauchen Pinkworts, drei Stück hier. Ne, keinen Bock. Sorry. Was bist du für ein Ficker, ey? Ja, okay, komm. Drei Pinkworts. Ja, drei Pinkworts. Und dann müssen wir einfach groupen und poken, weil das ist ja unsere Comp. Ja, aber die rennen uns einfach tot. Ne, ne. Ach du Scheiße. Fuck, ich brauch Hilfe. So zum Beispiel. Ja, und dann ist der Christoph da. Wo rennt die mich tot, hä? Der ist ja ganz entspannt. Nein! Nein! Hey, warum hab ich denn den Flash nicht aufgenommen, der da rum lag? Na, hab ich auf der Stelle. Ja! Ja, siehste, von wem runter rennen. Das Game haben wir in der Tasche. Scaleshot Master, GnO Billy. Ja, ne? Also einfach hier, hier träumen. Äh, ne. Hier drei Pinks. Und dann halt einfach groupen und poken. Zeig! Oh! Oh! Flash! Sechzehn ist es. Ich wär ja fast so geknechtet von der Grizzle. Da war was? Ein Wort oder so? Oh, hier ist noch ein bisschen was. Ich dachte aber ein Gegner, so. Alle drumherum. Nein! Ich will den Flash noch. Hilfe! Hilfe! Ja, hier, hier! Holy shit! Oh! AP war uns broken, Alter. Da war wirklich guter Damage. Wollen wir Nash machen? Ja, wir können die zumindest pressern, so. Weiß ja nicht. Er hat grad mit seinen Viechern das Ding bekommen. Komm hier, komm hier. Ich kann die slowen und dann chasen wir die down. So, hab keine ult mehr jetzt. Nice! Oh, Mann. Ein bisschen viel war das, aber okay. Ja, den Braum kriegen wir auch noch, der hat das Schild raus. Okay, und jetzt Nash. Fiora, ne? Oh nein, der Nash kommt. Okay, doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht, Jungs. Ich hab grad ne Erinnerung daran, wie gut unsere Nash-Summer waren. Der kleine Uhrensohn, Alter. Der ist tot. Das sind dann ganz schön. Ey, wie lang burnt dieses Leandry? Das sind Zähne. Wir sind schon alle Base. Tim versucht immer verzweifelt zu recoil'n. Alter. Alter. Wirklich. Das war fünf Sekunden drauf oder so, deswegen konnte ich nicht recall'n. Das ist ein Tilter. Das ist ein Tilter. Das ist ein Tilter. So, jetzt müssen wir zum Mesh. Oliver, dass du da botlen gehst, ist leider... Optimal. Suboptimal. Ja, es sind zwei Leute von uns tot. Und sie beide kennen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, das schöne Stil ist keine Frage, Tim. Oh, okay, der Kane ist echt... Echt an seine Grenzen gekommen, ja. Da ist noch hier ein Duschen oder so. Was? Echt? Ja. Schmein. Da ist er, siehst du? Oh. Da ist ja ein Duschen, warum sagst du nix? Pick me, oder? Ja, Nash? Ja. Dann push für uns. Oh. Ja, jetzt könnten wir ihn nicht go machen, oder? Ja, jetzt ist hier leider kapp'n Malser. Get shit on. Mach go. Ja, aber jetzt sollte tanken. Der mit dem Jenner steht, würde ich sagen. Der mit dem Jenner steht, würde ich sagen. Wir haben genug Schilde. Bleib steht, bleib steht. Zack. Irgendwie habe ich die Stärke in Erinnerung, muss ich sagen. Äh, der AD ist nicht da, ne? Ach, du heilige Scheiße. Aber ich liebe es, wenn man 100, 100 Stunden... Wo sind eure Kills, Jungs? Gott sei Dank habe ich schon die Stacks für die Movements wieder. Da ist Timmy. Bei der Duschen, der hat auch noch Bock. Ich hab jetzt nen Ult. Da seh ich uns. Ult. Naja, brauchst du noch das Ult. Du Sau, Alter. Du hättest mir nen Assist geben können. Oh oh. Was ist da? Der ist da. Ich hab Movementspeed. Nicht genug Movementspeed. Eieiei. Wer hat denn da gepinkt? Der Timo, sag doch was, mein Junge. Ja. Alter, was ist Fiora, Mann? Egal, egal, Jungs. Wir haben das Game in unserer Westentasche. Hm. Hm. Okay, okay. Also Nash ist... Das Malte haschelt, ne? Ist das auch gegen Outwits? Ja. Das ist ja sowas von OP. Ja, gut. Ich meine, ich hab ja nur vier. Ja, gut, okay. Gegen dich ist ein bisschen bitter. Aber im Normalfall... Ach so, in erwarten Zufall. Komme. Oliver, Laser. Laser. Also nicht direkt, ne? Ich hab gar nicht gezählt. Ich hab doch nicht gezählt. Ich hab doch nicht gezählt. Ich hab doch nicht gezählt. 4.000. Ich komme. Einfach vier Uhr erkennen, ist wie ein Nash. Jetzt Laser. Oh, scheiße. Mach mal lieber den da. Ich hab doch irgendwie, der ist tot. Dann hab ich nicht mehr hingeguckt. Ach komm, ich chaste das, was soll's. Hier so. Komm. Was was war's? Tag, 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 tag. Ja. Ah, äh. Ja, äh, äh, äh. Alter, wie viele Summoners sind. Ist so nice. Wo tippiten da unser Varus hin? Du bist ein Hater. Du bist ein Hater. Ach, Oliver. Da war ein Ballon. Ja, da sollen wir was für kriegen hier, ne? Oh. Oh. Oh, das war... So. Upsi. Wenn ihr einen Tower habt, könnt ihr runterziehen. Das ist ein Milesar. Lucian keinen Dash. Nitter Versuch. Jetzt seht ihr alle wieder ab. Ja, wir sollten abhauen. Komm. Okay, Drake. Da hab ich auf jeden Fall noch einen harten Hit gelandet. Oh, geil, Alter. Leben weg. Achtung, bot, bot, bot. Hm, fuck. Okay, lass mal lieber raus. Und je. War wir noch den Drake? Ich weiß ja nicht. Oh, guck mal, da hilft so nichts davon. Ey, das gibt euch. Bitte. Mach mal weg. Wenn ihr euch alle hinter mich stellt, ist nicht so geil. Eieieiei. Alter. Dass ich getroffen werde. Das war so bad von mir. Holy Shit. Ich kann halt... Ich kann halt... Besten will nicht rein. Oh, wo ist dein Schild, Alter? Tot. Oh, Gott. Javi. Okay, okay. Tut mir leid, Oliver. Aber... Jeder für sich. Da kommt der Nächste. Ziemlich ungeil, weil die alle in mein Gesicht springen können. Jo, wenn die wollen. Das stimmt auf jeden Fall irgendwer von uns so. So. Ich hab Rabodons gehabt noch bekommen. Also wir können halt immer noch... Mann. Eieieiei. Nein, Oliver. Du bist unsere letzte Hoffnung. Hier, die musst du töten. Ja, kann ich aber nicht. Jin ist jetzt in zwei Sekunden ab. Geh da hin, Oli. Deftat. Sind nur fünf. Tim hat vier Kugeln. Du musst nur einen killen. Ja. G-G-W-P. Ja, war ne enge Kiste. Ähm. Alter, Oliver. Alter, Oliver. Ja? Du musst immer in die Aufnahme rein, und wie sich das bei dir anhört. Einfach nur... Einfach nur... Ein... Einfaches Rausch-Konzert. Ja, Leute, ne? Feedback in den Kommentaren. Und ähm... Hau da rein.